ja im grunde kommt man hier sonst neuer blocken sondern er ist schon ein paar mehr oder 1 2 3 4 5er block 5er block also hier dann bis hier muss ja eh nur einen runter jetzt mal eben zählen wie viele blöcke es bisher in den sind 1 2 3 4 5 6 7 8 wahrscheinlich mich jetzt hier drunter irgendwo drin nein sehr gut es hat knapp hier alles hey ist das knapp hier alles so immer hier geht das wasser entlang fließt dann voll geil da rein hinten hier ist wieder irgendwo eine vollkackte spinne ich höre sie doch und hier wieder vorsichtig das alter ist das knapp die farmen treffen sich schon so halb so halb überall selber das witzige ist das entsteht ja meist im auto dieses diese hühnerfarm die ich jetzt gerade baue die war ja so nicht geplant dass sie hier hinkommen das entsteht meist immer spontan mittlerweile zumindest vorher habe ich ja doch ein bisschen mehr geplant muss ich zugeben weil ich dann dachte wie sieht das ungefähr aus bis wohin geht das und so weiter aber dass das jetzt alles trotzdem noch so gut passt ist echt wahnsinn echt der wohnen sind doch sollte gehen sollte funktionieren falsche waffe vor allem waffe falsches werkzeug so da ist der ablauf schon mal jetzt müsste ich natürlich hühner haben vielleicht einfach mal zwei etagen oder sowas hühner auf zwei etagen aktiv mache ich aber trotzdem hier einmal weg so ja die erste etage könnte eigentlich hier direkt hin so mal angenommen hier hüpfen die hühner fröhlich drin rum wird sogar rein theoretisch gehen die eier fallen durch wer passen aber viele hühner rein ist nur die frage ob ich das wirklich nachher so baue dass ich einen knopf drücken kann und alle werden gebraten das gibt es nämlich auch haben ja auch glaube ich zwei jungs zugeschickt sondern hähnchen tower ich komme leider jetzt nicht mehr auf den namen also ich hab's ich gucke mir viele sachen an problem ist das speichere ich im kopf und verarbeite das dann so halb und irgendwann kommt es dann halt eben wieder raus und dann entsteht so was hier wobei das gerade komplett falsch ist weil ich würde lieber die hühner ein stückchen mehr hier rüber haben damit man hier eine glas scheibe dran machen kann damit man die aussieht also müsste ich hier noch mal das alles weg klopfen aber sollte so viel ich weiß kein problem sein darunter sollte ja dann auch weiterfüllen oh nein brutale sau du bohr du brutale sau du schlägertyp du am besten von ganz weiten buddeln da passiert nicht so viel rein theoretisch wenn komme ich denn hier meine wasserlauf nein da muss ich da ist ja das wasser dann das wasserlauf geht okay dann ist man immer auf zwei ebenen passt schon oh nein ich drücke schon nur so ein bisschen ich drücke so ein bisschen bis gar nicht aber ich habe zu weit reingebaut oder ja sicher ja sicher doch so dann das hier zu btf warum kam das nicht unten da rein hör mal egal gut da passt aber so gut wie so gut wie perfekt plan 3 was heißt eigentlich dieses land kürzt man ja immer ab und zu so ab so was geht lan also habe ich zumindest früher immer gehört hat hat ein bestimmten hinter also ich weiß nicht keine ahnung wenn er noch einschreiben belichtet mich lasst mich nicht umsterben und dafür ist es doch schon zu spät zum belichten vielleicht bin ich auch überbelichtet der chief auf jeden fall der ist der ist überbelicht oh mein gott macht er denn da ist er fertig hockt im kaminzimmer du weißt schon ich sehe dich ne ich kann nicht genau sehen du mich auch oder was für eine lusche ich habe jetzt mehr erwartet von unserem endermann der endermann oh spinne 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 ich glaube ich spinne so so meine herr jetzt wollen wieder steine was bräuchte noch steine auf jeden fall fast der schnellste weg ins lager wenn man direkt so reinfallen müssen von oben 1 2 3 4 5 holzermäßig muss mir frisches holz bauen flupp frische zäune habe ich ja gar nicht mehr muss ich mehr bauen alles frisch und so viel erde brauche ich auf keinen fall naja ich habe ja was abgebaut den riesen turm da weg geklopft und das habe ich davon jetzt steht so nah dran ich glaube es hakt das wäre super gemacht dann lasse ich dann einfach davon kommen bis es weg ist genau zäune wollte ich bauen ne zäune eichelholz latten oh passt nicht dann schmeiße ich dann erstmal auf den boden oh passt perfekt ne doch nicht da hab ich noch ein stick aber der rest der kann jetzt hier rein das habe ich zäune wo ich nicht so viele wahrscheinlich habe ich gar nicht genug hühner für diese apparatur da oben ist hier die tür offen ich glaube doch nicht zu hause lasse ich mal die schränke offen aber das ist ja was anderes da kommen ja keine monster rein oder raus jetzt habe ich glas vergessen man 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 ist das schlecht aber schlecht sind ich glaube ich baue jemand oder warte mal andere idee komplett andere idee dieser chicken tower cooler name chicken tower der chicken tower chicken tower warte machen wir erstmal eins jetzt hier den das dach beziehungsweise der terrasse wie man sie nennen möchte und ich ziehe es mal komplett hier durch als wenn ich die terrasse hier super groß baue vor der chicken vor dem chicken tower so hör mal weil hier kann man ja immer noch rein hast du nicht gesehen und hast du nicht gesehen penis eichelholz treppen vergessen oh yeah unendliches wasserloch kenn ich wollte schon sagen er kommt da nicht dran passt doch eigentlich oder kompletter wasserloch da rüber sauber total das feuchtgebiet hier das hast du ja schön gemacht nein weg ist es ist genau das was mir gleich fehlen wird dann alter wie viel schilder man hier braucht man man hier braucht man 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 kopf wo schon sagen komplett ausgeglichen da können dann schon mal die ersten hühnchen rein Obwohl chicken tower ist vielleicht ein bisschen übertrieben Weil so riesig wird der nun auch nicht Ich hab vorhin den Tower in der Hose Und hinten vielleicht noch ein bisschen mit Holz Eine Holzapplikatur Ne, komm Das sind alle Spielereien So, da wären dann die Hühnchen drin Hier wäre Glas Auf dieser Ebene wären die nächsten Schilder Und darüber dann halt Das nächste Wasser Müsste man hier ein Glas hin machen? Ne, oder? Ne Ich glaube doch nicht Genau, hier würden die nächsten Schilder reinkommen Wie viel waren es denn? 3x4 12 Nein Oh, mein Eimer Penis So, aber 12 Schilder kann ich hier locker noch aufbringen Ich meine die ganzen Farben, die hier sind Die kann man natürlich noch Keine Ahnung, super groß bauen Riesig Dass man alles nochmal in einer millionenfache Ausführung hat Die Sache ist nur bei so einem LP Es war schön, dass man lange Projekte hat Die Ewigkeiten dauern Aber richtig was bringen tun die hier nicht Ich meine selbst der Warzentower da hinten Das ist eigentlich zu viel schon Oh, zu hoch Ne, zu niedrig Aber der ist ja noch so klein, dass man sagen können Ja komm, scheißegal Scheiß war drauf So Jetzt muss ich hier aber noch einen hochbauen Und hier dann rüber bauen Alter Penis, Mann Boah So Aber hier Ne, warte, hier oben vielleicht? Nein Natürlich nicht Hier muss irgendwo die Treppe hin Dass ich hier auch die Eier irgendwo reinschmeißen kann Volle Lutsche Äh Ne Ich meine Zwei Etagen lohnt sich hier auch nicht Aber ich denke mir Eine Etage ist ein bisschen Klein Oder ich gucke es mir nochmal von unten an Ansonsten wird es dann nicht mehr Chicken Tower Sondern halt ein schicken Burger oder so Aber ich denke Die Höhe würde auch besser dahin passen Als wenn man jetzt nur Ja, als wenn man nur wieder die Höhe Wie, wie da baut Ja, nehm ich Nehm ich doch glatt Aua Ich hab Hunger Voll auch geil Ich glaube ich hab drei Eier Aber drüben im Hotel Sind noch ganz viele Chicken Die waren zwar gescheatet Aber egal Die Eier hol ich mir Ich meine ich könnte mir auch